Moin aus Seelendorf, sagen Knut und ich. Wir wollen heute mal zum Strand, sind alleine. Conny ist zu Hause geblieben, die hat noch Probleme mit ihrem Rücken. Na gut, spielt auch keine Rolle, wir beide werden den Strand schon rocken hier. Okay, wollen wir mal gucken, was heute los ist. Es sieht so aus, als wenn wir ablandigen Wind haben. Dann müsste eigentlich das Wasser sehr niedrig sein. Schauen wir mal, dann kommt mit. Pass auf. ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, also geht's los.